Willkommen zurück zu einer Runde Overwatch. Heute werden wir mal Lucio spielen. Da hab ich mal Bock drauf. Wir werden heute mal den Lucio zocken. Und ich hab den, glaube ich, als einmal gespielt oder so. Ist ja, nicht so geil, glaube ich. Aber wir gucken mal. Was haben wir denn? Wir können auf Wänden laufen. Schallwelle. Zeugt man eine Schallwelle mit kurzer Reichweite, die Gegner zurückstößt. Genau. Erhöht die Effektivität des aktuellen Songs. Okay. Boah, das ist eigentlich simpel. Eigentlich relativ simpel. Ist sie halt immer noch so stark? Die ist halt stark. Wir haben halt weniger... Boah, wir haben ein übelst schlechter Kombo, Alter. Wir haben zweimal Best-Gen im Angriff. Boah, das ist halt... Wie krieg ich denn hier ein schönes... Achso, das zeigt an, wie viele Leute da gerade drin sind, ne? Okay, rechtsklick ist die Schockwelle. Okay. Oh, eigentlich relativ easy. Kann man knifen? Ähm, V ist... V ist Hauen. V. Geiler Soldierski. V. Ne, nicht. So, wie ist er? Hat's ja umbind. Ich bin ja der übelste Eishockey-Man. Alle herkommen und heilen. Alle herkommen und heilen? Boah, das gibt direkt einen Headshot. Hat er... Hat er... ...dolle Reichweite? Kurze Reichweite, okay. Auch nicht die, man. Oh. Wo ist er? Roadhog links, direkt los an unsere Base. In dem Gang drin. Ja. Ist das tot? Noem Weg. Kappen. Und da kommt ein Ult. Oh, der Head. Aber die Heilung. Die E-Sie man hier einfach draufkommt, ist der Punkt. Oh, gut. Kacke. Fuck, das war richtig schlecht von mir. Eigentlich ist das halt echt ein bisschen blöd. Man macht... Man tötet zwei Leute und kommt direkt auf den Punkt drauf. Ja, ja. Man kann... Sag ja, man tötet zwei Leute und kommt instant auf den Punkt drauf. Ist halt richtig heftig. Oh, und der Heal. Oh, lol. Warte mal, die kann... Guck mal, wir haben jetzt schon den Punkt A genommen. Ja, ich stand die ganze Zeit einfach drauf. Und nicht attackt. Boah, der hat mich echt da gehitchert. Not bad, alter. Speed Boost. Holy shit, das war's. Das Speed Buff ist halt so sick, ey. Komm her. Hinter uns um. Ja, ich hab das schon gesehen, aber... Neuner Killing Spree hatte ich. Ey. Heilungsboost! Äh, was leuchtet eigentlich, wenn der, äh... Champion unten in der linken Ecke leuchtet? Dann bist du MVP gerade oder on fire halt. Ja, ich hab dir das Shit gegeben. Holy shit. Das ist die Ulti von... Lusso. Ja, die Ulti von Lusso ist halt richtig übertrieben heftig. Weil du halt so ein massives Shit bekommst. Du bist halt direkt ins Tank. Ich bin halt nur leider reingelaufen, wie der letzte Land. Boah, dieser Speed Boost, ne? Holy shit. Ah, war der halt schlecht gesetzt. Ich geb dir Heal. Oh fuck. Er hat mich selber getötet? Fuck. Boah. Guck mal her hier, Alter. Braucht mal Heilung hier. Die Boys. Oh mein Gott. Widowmaker. Easy. Wir brauchen eigentlich nur die ganze Zeit hier stehen, Alter. Ich brauch nur heute hier stehen und heilen die ganze Zeit. Der Heal. Alter. Da waren wir nur die ganze Zeit hier an komischen Teilständen. Ich bin so fucking on fire. Was ist das? Das ist halt echt so heftig, Mann. Lucio ist einfach so mies, ey. Du stehst einfach nur... Guck mal, ich stehe einfach nur hier rum und heile die ganze Zeit, Alter. Guck mal, das ist so behindert. Das ist so dumm, Alter. Ich stehe aber die ganze Zeit in der Fracht und habe nur geheilt. Lucio ist halt echt übertrieben heftig. Und wenn die halt reinkommen mit ihren ganzen Ultis und so, dann machst du halt mit Lucio einfach Ulti und gibst jedem ein Schild, ne? Was halt unnormal viel bringt. Ich höre das mal. Wahrscheinlich... Nicht mal ne Ultis. Wow, da war aber nice. Wow, nice. Ich muss sagen, mit Hanzo kann man halt ultra geil die Projektile vorhersehen, wenn man... Wenn man Dings hat. Ja, die Vision Schuss. Ja, genau, diesen Vision Schuss. Der ist halt richtig geil. Ja, du kannst halt mega Prefire an, ne? Ja, aber Lucio macht echt Laune. Ich glaube, ich werde den echt häufiger mal zocken. 3300 Heilungen habe ich rausgehauen. Vor allem das Geilste ist ja, du musst für Lucio nicht mal was machen, ne? Du heilst einfach nebenbei. Alle in der Aura. Das ist halt richtig sick. Die werden halt einfach alle so nebenbei geheilt. Ja, das fand ich so tanky, ne? Aber wenn du diesen Beat nochmal erhöhst, geht halt richtig steil. Ohne Witz. Ja, vor allem am Anfang, wenn du eine Movement Speak gibst. Ist das nicht so du eigentlich noch da? Ja, ja. Okay. Alleine Tapt ist schon mega gut. Ja, ja. Das ist alleine... Genau, das ist es nämlich. Wenn du halt immer zu dem Punkt hinrennen musst und dann nochmal Move and Speed kriegst, dann kannst du halt ultra schnell hinlaufen. Ja. Das ist halt schon ganz geil. Ist auch gar nicht so schwierig. Diese Rechtsklick ist auch ganz geil eigentlich. Dass du halt die Leute irgendwie wegstoßen kannst. Ja. Das funktioniert bei einigen Maps halt ganz gut. Vor allem, wenn es darum geht, so Punkte einzunehmen. Ja, gegen so einen Genji oder so, die haben dich ran müssen, Klaus. Ja. Naja, eben. Auch generell, auch so einen Roadhog. Wenn der dich ranzieht, kannst du den halt instant wegschlagen, ne? Guck mal dat hier. Schnell, Mann, ist einfach damit, ne? Alter, Eis. Okay, Spieler. Ja, es gibt aber noch einen geileren Skin für Lucio. Da ist ja so ein komisches Alien. Das ist halt eigentlich sick. Fuck. Und die Waffe von Lucio ist tatsächlich gar nicht so schwach. Weil die immer so Salven von vier Schüssen abfeuert. Ja. Die machen echt gut Damage. Ich glaube, mit Rechtsklick kannst du da auch noch einen anderen Shot machen, oder nicht? Oder switchst du da? Ich meine, dass du auch noch einen anderen Shot damit hast. Ja, ja, Rechtsklick. Über meine E fähig gerade gerade so ein Pfeil nach oben. Was kann der? Was bist du denn? Als der Vodermaker hat. Ein E ist ein Poison Shot. Aber da ist so ein E und da ist so ein Pfeil noch drüber. Ja. So ein Baum. Ein Level Up Symbol. Ich weiß nicht, vielleicht bist du einfach ein Level. Gehen wahrscheinlich am Rand lang. Oh ja, hinter mir. Oh. Auf ihn. Ich mach hier lang. Ich mach nochmal Heilungen. Ich mach nochmal Heilungen. Ja, es ist easy. Boah, wie schnell der Chimp ist, ey. Ich bin tot. Das hat er gut gemacht. Ah. Jetzt, siehst du, jetzt haben die wieder vier Leute von uns getötet. Ne, fünf. Pass mal auf. Safecold. Die haben jetzt instant den Punkt. Die sind schon wieder instant am Punkt, Alter. Und haben den instant eingenommen. Das ist halt so retardend. Ja, das ist aber auch immer mehr. Einmal, einmal, ja, aber trotzdem. Du hast halt einmal die Leute gekillt, dann bist du halt instant fertig. Das ist halt richtig übel, Mann. Jetzt wird's massiv. Alter. Oh, dieser Reinhardt und dieser komische Heiler, ne? Holy fuck, Mann. Ist das nervig. Damn, das ist game, ey. Alter, du kommst halt von diesem fetten Reinhardt nicht weg, ne? Ganz genau. Boah, wenn der einen Mann deinem Arsch klebt, ne? Dann hast du gelitten, Alter. Dann kloppt er dir die Scheiße aus dem Leib, ey. Diese Mucke, Alter, von Lucy, ist so gut, ey. Ey, ohne Scheiß. Ich versteh diesen Reinhardt nicht, Alter. Der ist einfach unzerstörbar, Mann. Der ist einfach wie ein übelster Boss. Der übelste Biest. Das Schild von Reinhardt ist echt zu stark. Ne, das ist nicht so stark. Alter. Ne, das ist wieder nur dieser Heiler-Fotze, die alles macht bei denen, ne? Dieser, dieser Narkai. Der muss man doch warten, der steht immer beim Reinhardt, ne? Und der steht halt mit seinem Schild davor, ne? Das ist halt echt ein Biest, dann. Wir müssen irgendwas gegen den Heiler machen von denen. Das ist halt nicht so leicht. Und so macht er den Reinhardt wieder ein Leben auf. Fuck, ey. Alter. Alter, es ist halt so fies, ne? Fuck it. Oh, Gott, ey. Weiß nicht, was ich machen soll. Ich gebe schon immer mal Heilungen, aber ich treffe halt auch leider nicht so viel gerade. Hab' ihr noch ne? Ja, ich hab ihn. Nein. Oh, mein Gott, hinter mir kam. Alter. Der mich halt echt nicht gekillt hat. Alter. Uff. Also Heilung hab' ich genug, aber das reicht nicht irgendwie. Ich bin auch der einzige Heil aus unserem Team. Das ist kein Wunder, dass ich Heilung die meiste hab'. Ich hab' das irgendwie gesehen. Ja, wir sollten langsam jetzt mal die aufhalten. Doch, mir wie. Der und Team ist echt stark. Ja, die sind halt einfach, keine Ahnung, die haben einfach wieder damage die, oder die echt sind reinhauen. Doch. Oh, war die Ulti-Wasted. Alter, ich bin schon wieder instant-dead. Pfff. Wie viel Schaden habt ihr? Ich hab 3400. Ja, 8000. 7-3. Ja, da sieht man halt, ich mach echt super wenig Damage. Aber bist ja auch kein Damage-Healer, ne? Ja, ich bin ja ein Heiler, ja. Und das, wenn ich auch nur 7-3 hab', ist auch ganz schön wenig. Ja, würde ich nicht sagen. Ganz privat heiler einmal. Ich hab ja zwei Reinhard, Alter. Ja. Weg damit. Fuck it. Komm schon, komm schon, komm schon Oh, lol, Alter, gib mir zwei Hiebe Da bin ich weg, ey Oh, shit Eine Minute noch, Mates Kriegen wir das hin? Ah, wir waren alle gerade gestorben Ich mach nochmal Speedbuzz, äh, Buf Ja, die drücken gut rein Ich mach Schildern Äh, ist super Nein, ist nicht super Woah, shit, Solo Du Biest, Alter Oh, ne Ich hab'n Reward bekommen, Alter Holy shit Können wir das Auto nicht zurückdrücken? Klingt doch, oder? Oh Ja, das Auto wird zurück Ich drück' das Auto zurück Loll? Du kannst echt zurück schieben? Ja, ja, kannst du wirklich Kannst du wirklich, kannst du wirklich Einfach entgegen laufen, oder? Ja Ne, ne, einfach nebenbei stehen bleiben Oh, da kommt eine Hände um Oh, da kommt eine Hände um Dieses Wurmloch Und du hast dann da übelst reingehalten, Alter Holy shit Holy fuck, Alter Äh, das ist hundertprozentig Highlight Ja, ich wollt' schon sagen, Alter Oh mein Gott, Alter Die waren halt instant tot, alle Ja, das ist das Guck dir da an, Alter Ja, das war's am Ende Ja, doch, guck mal, die Ulti jetzt Das war das nicht Ach, das war das nicht Das war am Ende Alter, wie du reinhältst Einfach nur Wow The bestchen, ey Alter, 72 Minuten Sein Kill for this phase Das ist nice, Alter Äh, ich hab' einfach nur Keine Ahnung Irgendwann noch Stand hier einfach nur noch rum 4 und 3 Aber ich weiß nicht, so ein Heiler wie Lucien zu spielen Ist halt auch übel simpel, ne? Du kannst halt echt super viel machen Ich mein, ich hab' 5500 Heilungen Und trotzdem noch 5200 Schaden, ne? Das ist halt gar nicht mal so wenig Dafür, dass ich ein Heiler bin Aber ich glaub' Blaze Kannst du damit aber auch machen, so Wie viel Schaden hast du gemacht, Leon? 20 Äh, 15.000 Ja, ich wollt' grad sagen Highlight 112 Gut Leute, dann würd' ich sagen, war's für vorne Äh, wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dann, haut rein